Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Survival mit mir im Drehwerk. Wir waren ja die letzten gefühlten 800 Folgen über unsere Scheune bei. Ich schaue mal gerade, wie weit wir denn da jetzt sind. Gut, den Weg hier müssen wir natürlich noch ausbessern. Aber sonst haben wir alles soweit fertig. Bis auf, dass hier das Heu fehlt. Aber dafür müssen wir erstmal die ganzen Ländereien abgrasen. Und die ganzen Ländereien abgrasen, um ein bisschen mehr Heu zu haben. Wir könnten eigentlich mal da hinten hingehen und da die Felder neu anlegen. Ich frage mich nur gerade, ob wir dafür noch was mitnehmen müssen. Haben wir da hinten noch Hose? Warte mal, Moment. Piep, 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 piep. Irgendwie sind wir hier unter 1000 Höhlen. Gefühlt. Okay. Aber hier können wir die Samen mitnehmen. Wir nehmen mal alle Samen mit, die wir finden. Okay, das müssen wir natürlich noch ausbessern. Jaja, schnauf, schnauf. Das packen wir dann mal rein. Und wir nehmen uns noch eine Heu mit oder zwei oder drei. Besser ist es. Schnauf, 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 die Treppe hier rauf. Hoffentlich wird es nicht gleich dunkel, dass wir direkt schlafen müssen. Wie immer noch was drinnen wir für mitnehmen können. Wo sind denn die Isameen? Isameen? Ja, die können wir auch alle mitnehmen. Ja, alle. Als wenn es zu viele werden. Eisen. Vier. Zwei lang noch, oder? Wollen wir mehr als bei Hose? Ich hoffe nicht. Na, das werden wir ja gleich sehen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ähm. Hä? Wo ist denn das? Das ist jetzt wieder reingepackt? Bin ich doof? Ach, die Trottel. Ah, ja. Sagt nichts. Sagt nichts, dann werde ich auch nichts sagen. Unsere ganzen Werkzeuge sind natürlich schon alle kaputt. Die müssen wir auch mal ausbessern. Aber das sage ich auch jedes Mal, wenn wir vorbeigingen. Na gut, dann sollte ich das vielleicht irgendwann mal machen. Aber erst mal gehen wir da hinten hin und pflanzen ein paar Samen. Samen. Ich sehe die Sonne nicht. Mein Kabel hängt hier zwischen Tisch und Mikrofon. Guck mal. Und eine Werkbank. Naja, zumindest sammle ich die nicht alle in ne Kiste. Sondern habe sie immer bei mir. Was stöhnt denn hier unten rum? Wer stöhnt hier? Spinnt ihr? Er läuft zu stöhnen. Schon mal gesagt. Wenn er dann stöhnt, dann bin ich das. Und ich stöhne nicht. So. Was ist denn das für eine Höhle hier? Okay. Ein unterirdischer Säben in der Höhle? Was denn das? Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Sackgasse? Nö. Dahinter geht es weiter. Okay. Okay. Geht das hier auch noch weiter? Man wäre jetzt lustig, wenn ich hier auf einmal eine Mine finden würde. Aber ich bezweifle es mal. Ich werde hier jetzt einfach mal weiter graben. Was ich eigentlich nicht vorhatte. Aber... Nö. Hier gibt es doch nichts. Hier gibt es nichts. Vielleicht in die Richtung. Da haben wir noch Eisen. Aber brauchen wir momentan nicht. Die Richtung ist auch nichts. Na oben ist auch nichts. Na gut. Das können wir noch mitnehmen. Da wir eh gerade hier sind. Oh ne. Die möchte ich jetzt dafür nicht verballern. Warte mal. Machen wir das so. Damit man da nicht hochkommt. Jetzt. Ja, ja. Ja, ja. So ist das. Das können wir auch noch mitnehmen. Bisschen Gohle. Okay. Da wird ja wohl nichts spawnen. Hoff ich. Wenn doch dann. Haben wir gelitten. Oh, guck mal hier. Das nehmen wir auch noch mit. Können wir vielleicht sogar oben einfach zumachen. Bei unten ist ja nichts. Hier gibt es ja nichts. Also dass jetzt dunkel wird. Dunkel wird. Brauchen wir mal ein bisschen Erde. Dann machen wir das Loch hier einfach dicht. Ja, ja Grunz. Tu mich auch Schwein. So. Wo brauchen wir denn da? Auch da hinten stehen schon die ersten Kreaturen der Nacht. Irgendwann wird das hier aufgesprengt. Und dann wundere ich mich. Hey, warum ist denn das da unten? Was denn da? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich da mal war. Wäre ja nicht das erste Mal, dass das passiert. So. Das ist zu. Ist hier jemand? Nö. Auch keiner hat gespawnt. Alles gut. Können wir hier schon mal die Felder anlegen. Okay, das waren schon 23 Stück. So viel ist 23 gar nicht. Wenn man es denn mal genau nimmt. Hier haben wir alles voll. Ich glaube, das können wir alles einmal abwalzen gleich. Und neu anpflanzen. Damit die Felder dann auch mal voll werden. Haben wir denn hier drin? Ach, hier haben wir ja alles voller Erde. Na toll. Hm. Ich trau den Leuten hier nicht. Guck mal, Bäume haben wir noch hier. Ach, hier ist alles voll. Na gut. Gehen wir erst mal schlafen. In unsere Mühle. Haben wir hier noch was drin? Glas. Okay. Glas brauchen wir aber auch nicht. Einmal schlafen gehen. Für die Mama. Gute Nacht. Gute Morgen. Morgen. Ja. Das ging total schnell. Ich habe mich richtig erholt jetzt. Ich fühle mich frisch. Ich brauche mal zu essen. Wassermelone. Kann ich gut von pinkeln. Pinkel, pinkel. Jemand da? Keiner da. Die packen wir mal weg. Die, 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 die. Und dann schauen wir mal, wie viel wir hier zusammen kriegen. Ob sich das überhaupt lohnt. Normalerweise kriegt man ja immer mehr Samen raus. Schmecken die nach Salz? Ja, genau. Die schmecken nach Salz. Sind ja mehr Samen. Das wären es ja weniger. Was sind denn die sogenannten Mehl-Samen? Okay. Wo haben wir noch was? Wir haben auch noch ein bisschen. So viel ist das gar nicht. Das sieht auf den ersten Blick viel mehr aus. Als es ist. Also ich muss gar nicht die ganze Zeit drücken. Hier habe ich. Das im Kopf, dass man die ganze Zeit drücken muss, damit er überhaupt was macht. Haben die das geändert? Du kommst auch mit. Hier bleibt kein Samen auf dem anderen. So ist das. So und nicht anders. Ich bin ja schon froh, dass sich. Die Erde nicht direkt wieder zurück verwandelt. Beziehungsweise die umgeflugte Erde. Weil. Das wird jetzt richtig nerven. Und das ist jedes Mal wieder. Neck. Ähm. Ändern müsstest. Aber warum zum Teufel ist der denn da weg? Ob ich das war? Ich habe keinen Platz mehr. Komm. Hau ab. Ähm. Ich brauche mehr Platz. Flint brauche ich nicht. Weg. Auch richtig. Ich brauche die Samen. Hüpf. Okay. Nehmen wir die beiden noch mit. Und das Feld lassen wir mal stehen. Ich hoffe, dass das langt. Du musst nur aufpassen hier, dass wir hier keine Nachbarn an uns haben. Wie viel Text haben wir denn jetzt da gekriegt? Eins, zwei, drei, vier. Vier ein Viertel. Aha. Ja, ich weiß. 28 durch 64 sind nicht ein Viertel. Das war ja auch. Ne? Grob und so. Grob verschlagen. Oh. Da fehlt noch was. Da 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 da. Da 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 da. Oh. Das waren schon die ersten 64. Naja. Ob dat. Wie weit haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wirklich viel mehr an Samen. Ist da jetzt aber nicht rausgekommen. Ich habe das richtig gesehen. Ich habe einen Stack. Hm. Vielleicht müssen wir bei uns da oben einfach regelmäßig alles abholzen. Weil glaube ich, das ist sinnvoller, als hier mal herzurennen. Und äh. Ach komm, hau ab, du blöder Stein. Das soll nicht sein, du blöder Stein. Okay. Oh, das verschwimmt mir schon von den Augen. Ich wurde letztens gefragt, wo der Unterschied zwischen den verschiedenen Tech Shop Packs ist von John Smith. Darauf konnte ich leider nur die Antwort geben, ich weiß es nicht. Für mich war nur wichtig, dass ich das eine benutzen kann und das andere nicht. Wegen der Gruppixlichkeit. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel drauf starre, verschwimmt das schon so langsam vor den Augen. Ist also nicht, auch nicht hundertprozentig für mich geeignet, dieses Tech Shop Pack hier. Aber besser als zum Beispiel Conquest. War es Conquest? Ich glaube wohl. Da verballert man echt ganz schön viele Samen. Das ist der Wahnsinn. Jetzt nimm doch mal hier die Samen in die Hand. Nimm die Samen. Nimm die Hand und folg mir. Ich hätte es fast gesagt ins Mutterland, aber das klingt jetzt ein bisschen falsch. Ins Abendland. Das klingt auch falsch. Diese Bilder im Kopf. Wenn das so weitergeht mit den Sprüchen, sollte ich Minecraft um 22 Uhr es bringen. Und um 6 Uhr wieder abschalten. Mal Schweinkram hier. Wo ist das eigentlich? Das Schwein. Kein Schwein da. Da randet doch gerade noch ein Schwein rum. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Nö. Keins da. So. Okay, Ausbeute von den ganzen Samen, die wir jetzt gesammelt haben, ist das kleine Feld hier. Okay, das ist ja mal gar nichts. Das bringt also gar nichts. Okay, dann müssen wir das so machen, dass wir das bei uns hier da hinten immer abnehmen. Und wenn wir da genug haben, nehmen wir das mit. Aber was kann denn jetzt mal hier bleiben? Da kann er nicht alles mit. Ne, so war das nicht. War das alles voll? Ach, du ahnst es nicht. Ähm, okay. Dann muss es wohl so sein. 20 Stück, ja, das ist ja schon mal ein bisschen was. Kommt genau hin. Wie abgepasst. Kürbisse? Brauchen wir Kürbisse? Nö. Da haben wir ein Schwein. Dann werden wir jetzt mal unsere Scheune bestücken. Und dann Richtung Neter gehen. In den Nether. Damit wir dann hier mal die Stadtmauer weitermachen können. Damit wir dann langsam mal zu Potte kommen. Ja, mo. Genau. Gut, diese Felder werde ich jetzt aber auch noch einmal mitnehmen. Mitleben, mitleben, wir nehmen sie jetzt mit. Wir laufen hin und her, das hält uns immer fit. Oh, 46. Das sind 5x5 Felder, ne? Das sind 25. Haben wir so ein bisschen plus gemacht. Ja, fast so viele, wie wir da hinten gerade eingepflanzt haben. Na, herzlichen Glückwunsch. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Boah, du blödes Schaf, erschreck mich nicht so. Alter. Finde ich nicht lustig. Nein. Finde ich nicht lustig. Was denn mit Cleanstone? Brauchten wir im Neter Cleanstone? Mäh. Herzlich mal. Blödes Schaf, ey. Ja, mäh. Obwohl, das könnten wir mitnehmen. Die Kohle brauchen wir vielleicht auch. Essen können wir nichts mitnehmen. Ideho können wir hier mal reintun. Dafür können wir dann noch ein Cleanstone mitnehmen. Ja. Doofe Schaf. Mann, ey. Habe ich mich aber auch verjagt. Ach, ja. Bin schon ein kleiner Schisser. So viel steht mal fest. Riesengebäude da jetzt. Kann gar nicht mehr da an die Ferne gucken. Naja, gut. Wir haben es so gewollt. Okay. Überall ist irgendwo Sprengpulver drin. Gucken wir hier oben eigentlich da rein. Wir müssen dann noch wieder einen Zaun hinmachen. Ansonsten, ja. Könnte es irgendwann wehtun. So, wie machen wir das jetzt am besten? Packen wir erstmal so ein bisschen hier hin. Man muss das ja nicht alles sorgfältig trappiert haben. Soll ja einfach nur so aussehen, als wenn hier wirklich mal was gelegen hat. Ist ja schon mal ein bisschen was ist. Ist ja schon mal ein bisschen was. Boo. Was wollte ich jetzt gleich noch wegpacken? Achso, mit dem Gravel da unten. Genau. Ich hoffe nur, dass jetzt hier von hinten kein Creeper oder so kommt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn. Oh, ja, genau. Du Trollo. Nicht die Erde. Da. Das soll da rein. Genau. Bisschen Kies. Einmal bitte lächeln. Kies. Ah, ne. Das war was anderes. Nein, egal. Na, schlafen gehen brauchen wir eigentlich nicht. Wir gehen hier eh in den Nita. So, und wenn die jetzt alle voll sind, dann gehen wir wieder zurück, um den... Bzw. um die anzupflanzen. Okay, das haben wir. Ja, das haben wir auch. Hm. Tja, wenn ich jetzt wüsste, was wir da gebaut haben. Bzw. aus was. Tja, das werden wir ja gleich sehen. Ach so. Erst wollte ich auch noch einmal... Unbreaking Glück. Zirk-Touch. Falsche Kiste. Zirk-Touch. Kommt hier rein. Die nehmen wir mit. Die brauchen wir nicht reparieren. Das können wir aber hier lassen. Yo. Haben wir noch irgendwo Pfeile? Pfeile? Pfeile. Guck mal, hier haben wir auch noch eine Hau. Können wir da auch reinpacken. Da haben wir noch ein Crafting Table. Ein Crafting Table. Ein Crafting Table. Ein Crafting Table. Okay. Ja. Sieht nicht so aus, als würden wir noch was hätten. Clean Stone, Bricks, blablabla. Koffer, Korbel, Sand. Da brauchen wir alles nicht. Holz. Ja, Holz können wir später benutzen. Wenn wir den Eingang erstmal fertig haben. Lass uns da keinen... Gas mehr reinschießen. Ich wollte die Dinger noch reparieren. Also. Eins, zwei. Drei. Ein. Drei. Drei. Und ein. Ja. Wollen wir mal sehen. Ein. Ach, das war dann so teuer mit denen. Genau, deswegen habe ich das nicht gemacht. Moment, ich wollte ja sowieso... Ne, 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 ne. Halt, halt, halt. Alles zurück. Alles zurück. Ich wollte die Dinger ja... Alle auslaufen lassen, weil ich mir was Neues verzaubern wollte. Mhm. Genau. So war das. Wäre ja die beste Möglichkeit, das jetzt zu tun. Hätte ich fast wieder den Fehler gemacht. Ich konnte mich daran erinnern. Hooray. Okay. So. Okay, da steht ein einsames Skelett. Das könnte auch stehen. Aber eigentlich sind es schon weniger Kreaturen hier geworden. Ja, wenn hier erstmal Golems rumrennen. Oh, guck mal, hier fehlt uns Holz. Ja. Überall Baustellen. Mann, 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 Mann. Nichts baut der Kerl zu Ende. Da-dam-da-dam. Was? Was? Zum Geier. Warum leckt das hier so? Hallo? Ähm. Okay, ich habe null Frames. Was ist denn jetzt kaputt? Hallo? Spiel. Laut Anzeige habe ich 68 Frames. Jetzt wieder null. Was ist denn jetzt kaputt? Da, man, der da spinnt. Mensch, stirb. Oh. Der ist kaputt. Zumindest werde ich nicht mehr gehauen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Hallo? Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme.